Wie die Bild soeben vermeldete, wird Julian Nagelsmann seinen Vertrag beim DFB bis 2026 verlängern und somit nicht zum FC Bayern zurückkehren. Besprechen wir erstmal eins nach dem anderen und da ist die Frage, was bedeutet das für den DFB und da hat man jetzt natürlich erstmal Planungssicherheit. Nagelsmann wird die EM machen, klar ist das auch so ein bisschen erfolgsabhängig, aber ich denke man wird auf jeden Fall gut abschneiden, zumindest mal nicht in der Gruppenphase ausscheiden und dann wird er auch danach weitermachen. Höchstwahrscheinlich, so wie es der Vertrag jetzt aussagt, dann auch bis zur WM 2026 und das finde ich auf jeden Fall an sich schon mal ein cooles Zeichen, dass man das jetzt schon vor dem Turnier klarstellt, vor der Heim-EM und ich persönlich hätte es auch schade gefunden, wenn er nach dem Turnier schon wieder aufhört. Jetzt gerade in der letzten Länderspielpause haben seine Ideen das erste Mal gegriffen, dann kommt das Turnier und wenn es dann schon vorbei wäre, wäre das auf jeden Fall sehr schade. So kann er jetzt längerfristig etwas aufbauen, auch wenn es immer so ein bisschen schwierig ist mit einem Land, mit einer Nationalmannschaft, aber es hat in der letzten Länderspielphase gefruchtet und ich hoffe er kann daran anknüpfen, auch nach dem Turnier. Was klar ist, ist, dass er dann auch gewissermaßen einen Umbruch mit einleiten muss. Ich meine, da werden Spieler sein wie Neuer, Müller, Groß, je nachdem, die dann auch vom Alter her wahrscheinlich ihren Rücktritt bekannt geben werden. Muss man mal schauen, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall wird das eine interessante Aufgabe. Auch Nagelsmann selbst hat ja gemeint, dass ihm das vom Zeitmanagement eigentlich ganz gut gefällt, dass er eben nur in den Länderspielphasen so extrem intensiv arbeitet, beziehungsweise nicht, dass es ihm gefällt, er würde schon gerne täglich wie im Verein arbeiten, aber es passt für ihn einfach familientechnisch besser und das kann er jetzt mit der Vertragsverlängerung die nächsten Jahre bis 2026 so fortführen. Ich persönlich habe auch die ganze Zeit schon so ein Wunschszenario im Kopf, das ist natürlich unrealistisch, aber ich habe mir die ganze Zeit schon vorgestellt, dass Nagelsmann zunächst jetzt die Europameisterschaft gewinnt, dann noch die WM 2026 mitnimmt und stellt euch mal vor, er würde beides gewinnen. Allein der Gedanke ist natürlich schon extrem unrealistisch nach den letzten Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft, aber stellt es euch zumindest mal vor, so ein junger Trainer gewinnt die beiden relevantesten Titel im Nationalmannschaftsfußball und kehrt dann in den Klubfußball zurück, das wäre auf jeden Fall ein kranker Arbeitsnachweis, aber es ist natürlich auch Träumerei, die ich schon vor der Verlängerung hatte und jetzt zumindest mal wahrscheinlicher wird. Also der DFB hat jetzt erstmal Sicherheit auf der Trainerposition, aber gehen wir jetzt mal über zum FC Bayern und da sieht es viel dramatischer aus, denn wen hast du jetzt ansonsten überhaupt noch als Option? Die Top-Kandidaten waren ja so Nagelsmann, De Serbi, Rangnick. Rangnick hat quasi abgesagt, wäre ohnehin vielleicht nicht die allerbeste Option, bleibt bei Österreich, Nagelsmann bleibt bei Deutschland, De Serbi hat jetzt auch mehr oder weniger gesagt, dass er lieber in England bleiben würde und dann sind die drei Top-Kandidaten, wie es zumindest mal hieß, ja schon weg. Auch ein Sinne, den sie dann zum Beispiel wird es nicht machen und dabei sage ich jetzt einfach mal nur ein paar Namen, ohne dann überhaupt zu wissen, ob das gut funktionieren würde mit denen, denn der FC Bayern ist ja wirklich vor einer schwierigen Situation, du hast jetzt mit Tuchel dich darauf geeinigt, dass er geht, aber ganz ehrlich, gibt der Trainermarkt überhaupt eine bessere Option wie Tuchel her, beziehungsweise eine bessere Option, die zumindest ansatzweise realisierbar wäre und da bin ich jetzt schon so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, nein, eigentlich nicht. Tuchel hat es jetzt auch geschafft, sie ins Halbfinale der Champions League zu führen, vielleicht ist ja auch gar nicht alles so schlecht, wie man es redet. Klar, Tuchel hat so seine Macken, aber rein sportlich ist es auch in der Liga nicht die schlechteste Saison, man hat einen besseren Punkteschnitt wie in der vergangenen Saison. Einzig und allein solche leblosen Auftritte wie gegen Saarbrücken, wie gegen Frankfurt oder auch bei Heidenheim sprechen so ein bisschen dagegen, wobei man da auch vor allem die Spieler in die Pflicht nehmen muss und genau das, die Spieler, die Gesamtsituation macht den FC Bayern gerade halt auch überhaupt nicht attraktiv für andere Trainer. Ein Xabi Alonso bleibt lieber in Leverkusen, weil er da einfach ein funktionierendes Umfeld hat und sich gut weiterentwickeln kann, was seine Trainerkarriere angeht. Was jetzt aber auf jeden Fall feststeht, sofern man nicht Tuchel doch überzeugen kann, nochmal zu bleiben, beziehungsweise sich selbst davon überzeugt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, das kannst du nicht wirklich verkaufen, nachdem du ihn eigentlich schon zum Saisonende hin entlassen hast. Das wird einfach nicht passieren, selbst wenn man die Champions League gewinnt und eigentlich sollte der Trainer ja schon im April bekannt gegeben werden für die nächste Saison. Da sehe ich jetzt auch auf jeden Fall Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, was im Hintergrund vorgeht, aber was so durchdringt, kriegt man ja aktuell nur Absagen. Und was ich jetzt gerade noch ausführen wollte, ist, dass man dann dementsprechend wahrscheinlich einen ausländischen Trainer holen muss, der kein Deutsch spricht. Du hast dann noch, was gute Optionen angeht, ohne da jetzt Gerüchte gehört zu haben, einen Thiago Motta von Bologna, der aber auch schon vor der Unterschrift bei Juve sein soll. Dann hast du Xavi von Barcelona, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob der im Sommer direkt einen neuen Job will, ob er überhaupt woanders wie in Barcelona trainieren will. Und dann gibt es natürlich noch Michel, den Trainer von Girona, der ist auch ein junger Trainer, hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat, wäre aber halt auch eine riskante Lösung. Und wenn ich gerade an den und seine Überraschungsmannschaft Girona denke, dann denke ich auch im Umkehrschluss an einen Sebastian Hoeneß vom VfB. Aber da ist der Zug genauso abgefahren, der möchte jetzt lieber bei Stuttgart bleiben, sich als Trainer weiterentwickeln, wie sich jetzt in der Situation den FC Bayern anzutun. Alles in allem bleibe ich dabei, man hat sich diese Situation jetzt damals eingebrockt, als man Julian Nagelsmann völlig unnötig entlassen hat. Ja, es lief nicht optimal, aber ihn damals zu entlassen, war der völlig falsche Schritt. Tuchel zu holen, kannst du zwar machen, aber das war damals schon sehr undankbar und nicht wirklich logisch. Und wenn ich das gerade sage, merke ich, es gibt noch einen Ex-Bayern-Trainer, der eine durchaus realistische Option wäre, vor allem in Anbetracht dessen, dass die Alternativen jetzt ausgehen und irgendeiner muss es ja machen, wenn Tuchel nicht weitermacht. Dementsprechend, ich rede von Hansi Flick, wäre ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt von, aber wenn du halt sonst niemanden findest, er frei ist und sich das vorstellen kann, dann musst du es ja mehr oder weniger machen, weil ja, die Mannschaft kann sich einfach nicht selbst trainieren, außer du machst jetzt Thomas Müller zum Spielertrainer, aber das wäre jetzt vielleicht auch nicht die beste Option. Aber das soweit mal meine Einschätzung zur Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann beim DFB, die mich gerade auch wirklich gefreut hat, als ich die Nachricht gesehen habe, und der daraus entstehenden Trainersituation beim FC Bayern, die sich damit dramatisch verschlimmert hat. Aber was sagt ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wer könnte Bayern-Trainer werden? Gibt es noch gute Optionen auf dem Markt für die kommende Saison? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!